Ich bin seit Mai, Juni Kunde und habe gleich mit dem Börsenbrief angefangen und dann habe ich den Champions Trader noch dazu genommen und bin eigentlich damit ganz zufrieden und deswegen bin ich heute hier gekommen. Ich habe das Zertifikat gekauft und leider in der ungünstigsten Zeit, das war so vor drei Wochen, als es am höchsten stand und dann runterfiel. Aber ich meine, ich warte, dass es wiederholt. Und was mich dazu gebracht hat? Ja, als Investition, als Basis. Ja, weil ich bin so, ich habe Aktien schon seit 30 Jahren gekauft, aber immer gekauft und dann in die Schublade gelegt und nie verfolgt. Ja, und jetzt habe ich auch Zeit dazu, da ich Rentner bin und will ich mich ein bisschen mehr darum kümmern und praktisch alles so verfolgen, wie man das auch machen muss. Ja, und das BCDI ist praktisch das Fundament, worauf ich jetzt aufbauen will. Ja, ich habe, also wie gesagt, ich interessiere mich für Börse und in der Hoffnung, dass ich hier mehr Wissen bekomme. Ja, ich spiele stark offen, dann bin ich auch dabei. Ja. Ja.